Skyscopper! Neue Runde! Fick dich! Neues Glück! Neues Glück! Wollten Kratzerbombe angreifen! Team Blau! Mit Glass! Man kennt das! Was geht ab? Genau! Mit den üblichen Crimex-Verdächtigen, mit dem Erik, mit dem Torben, mit dem Autisten und das war's auch schon! Was geht ab? Wir haben diesmal eine Random dabei! Was geht ab? Ja wir haben eine Random dabei! Renny Random! FK Raffaello 47! Sehr gatt! Ich hab mir jetzt mal einen neuen Skin gegönnt für meine Waffen! Übrigens, für die nächsten Aufnahmen euch dran gewöhnen! Ich werde hin und wieder zwischen Torben und meiner Sicht hin und her switchen! Torben, du kommst momentan Livestream auf Twitch.tv//showtech18! Gerne mal vorbeischauen, wenn er live ist! Und ein Follow da lassen! Unten verlinkt in der Videobeschreibung! Unter meinem Merch! Links zu den anderen Autisten auch in der Videobeschreibung, die diesmal funktionieren bitte! Call on YouTube! Ohne Scheiße! Ich weiß nicht, was da los ist! aber muss dazu sagen dass mit dem hin und das geht ja auch nur so lange ich live streamen ihr müsst mir sagen wenn es klingelt weil ich höre das nicht das headset auf das ist so ein geräusch und das ding macht ja so eins habe ich auch dann macht das rechte die rechte um die kann ich nicht weil ich höre ich den heute saug nicht mehr bombe und den schafft ja ich weiß es schätzen aber macht sonst ist es bitter wird nicht ihr hört es doch ja hast du eine aufnahmeschwelle ich stelle es mal wieder meine klinik an mit afrika aus man weiß es nicht eric du bist keine tütschuppie Ich kann eine Klamour von mir, das hier bin ich dran. Wir haben ein Loch reingemacht. Ruhig hoch. Oh, Leute! Nice, bitte. Oh, Drum Room eigentlich. One Drum. Wie schön ist das Tor? Ja. Und da. Ich glaube, hier ist Action Jackson frei. Rein, Jolga. Ja, wir haben doch eine. Was für Action Jackson frei, Alter. Ja, geh rein und blend. Ich hab eben die Scheiße ab. Du schützt auf mich. Ja, ich sehe sie. Ja, ich lasse sie raus. Ja, ich lasse sie raus. Geht zu Geisha. Hat Hits. Kommt über die Door. Müsst ihr über die Door kommen. Boi. Man ist hier. Ist gepusht. Hier auf der rechten Seite. Halt der Engel. Der Smoked ist auch schon. Wow, ein Geisha drin plötzlich. Benet, den Geisha. Benet, den Geisha. Benet, den Geisha. Vorsicht, der glaube ich defused. Der Smoked. Ja, defused, defused. Das Ding ist durch. Benet war ein Geisha, Benet war ein Geisha. Den wollte ich noch haben. Nice. Herr Pickner ist ein Ace kaputt gemacht. Der щert sie weg. Wer ist jetzt? Wer ist jetzt? Benet, den Mute bitte. Das ist gut. Der Bande hat den Muten gezeigt. Lass sie nur auf der Ellentag. ok mehr d französisch ein jahr für scheiße große schatz zu gäster bräuch eine wand henning ja ich komme wieder ich mache wieder meine übliche taktik ich verstehe die wand wieder mal durch hallo hier schaut kann schuss ich mache jetzt teil oder ich habe jetzt teil noch fünf sekunden ich habe jetzt drei ein viertel ich mache jetzt so drums auf wird man durch Ja, mir auch. Becken ist was? Geht Richtung Garten. Ich geh nachgucken. Nee, hier auf dem Betten seh ich nix. Wenn da einer ist, ich smoke den voll. Ja, bin aber ein bisschen am rotieren. Tom, hier hinten ist einer. Safe call. Markiert. Garten war gerade in Richtung Garten. Bild kommt, Schild kommt, Schild kommt. Von Drums kommt einer. Dann kommt zurück, dann kommt zurück. Wenn Schild kommt, dann kommst du zurück als Doc. Oh, mein Essen ist da bis gleich. Ich hab keine Klinge gegeben. Ja, zwei weitere. Scheiß auf dir, Monty. Das ganze Team ist da. Einmal von unten, bitte. So. Mal weg da, Henning. Henning. Sensor eingesetzt. Oh, Mann, Blackbeard. Holen. Eieieiei. Lass die kommen. Wo ist der Blackbeard? Wo ist der Blackbeard? Der steht unten an den Stairs. Also Stairs da unten. Erstaunt. Von den Drums. Gleich unten an der Ecke. Schild steht da noch. Schild steht da noch. Pass auf. Pass auf, der hat nen Engel. Ich hab ein Problem. Later. Bei wem sind sie verkackt hintergeräusche? Oh, 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 oh. Wie kann das passieren? Peter? Bei Peter sind sie verkackt hintergeräusche. Peter ist aber auch der letzte Leib, ne? Wir werden mit dem Mutieren das nächste Mal. Die sind tot. Keine Ahnung. Alles versaut gerade. Neu, ich spiel. Sie sind tot. Unser paddorfen Oh, ich spiel neue Pizza, Bruder. Ja. Bist du. Wir fahren. Die sind tot. Ist okay, Henning. Ja, das reicht. Autist. Neues Spiel. Loll, er hat mir mehr Geld zurückgegeben, als er gekostet hat, Kappa. Das Trinkgeld für dich, Peter. Die Videos. Wenigstens einer, Chris, von den Videos schaut. Ich guck deine Videos auch, Alter. Ich auch. Da bin ich schon mal drei Viewer. Scheiße, da muss ich ja wieder Videos hochladen. Wir wollen mal Content sehen, Hallo. Meine Internetleitung glühlt schon wieder, Kappa. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Das Ding ist einfach nur, eben schon wieder, ich guck den Blackbeard an und hab ihn aber gar nicht mitgekriegt. Weil das scheiß Schild sowas von behindert spiegelt, meiner Meinung nach. Digga, dank Peter Scheiß Hintergrundhundengeräuschen. Ne? Ah, ich hab gar nichts mehr gehört, Mann. Ich hab null gehört. Ich hab nur noch aus, ne, auf das geguckt, was ich sehe, und dann bin ich gestorben. Sorry, Leute. Ich hab ja nicht mal der Call verstanden. 5 Sekunden bis Einsatz. Ne, ich sag das, Blackbeard piekt nicht, der hat besseren Tod. Entschärfer und geholt, 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 gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ja. Fetcher, du hast verdammtes Glück, dass ich dir kein Hedgehog kenne. Mal gibt's ne neue Servergruppe, die heißt No Pizza Boote. Hahahaha. Danke, Erik. Ich setz wieder für einen. Warte, ich mach mal nen Anruf. So, mach mal. Henning. Aus dem Weg, Papa, musst du hier. Ja, und ich möchte eine EMP reinwerden. Ich hab eine EMP-Granate geworben. Ich hab eine EMP-Granate geworben. Zivil. Wieder Bandit-Chaser. Ich hab den Kotzen. Ich hab hier dieses Mal keinen Durchbruch gemacht. Nachladen. Wenn ihr den geert habt. Er cheieft den sachen. Ah, ok. Warte, Erik. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Was ist denn das für Drecks-Game? das war ich der schützt den defuser ab da bandit immer noch da also du brauchst gar nicht um die ecke gehen den defuser nee er ist weggelaufen aber jetzt wird er wahrscheinlich wieder da stehen er liegt injured wurde erneut gesichert ich hilft ihm eine auf einen hast du der bandit ist da immer noch um ecke er lebt schon wieder ich werde angeschossen ich brauche hilfe ich wollte eine pide hat eine pizza bekommen gerade im decklauf gemacht die gehen aufs haus können wir machen ich würde sogar als romer gehen das mögliche und wird jetzt mal zu ändern ja bitte exhibition exhibition wie fahren sie runter ihren puls her über diese regel weiter hinaus wenn wir die runde verlieren aufgrund der falschauswahl eines spots weil jemand das wort nicht geändert hat dann drücke ich alte vier und da sehe ich keinen sicher dass wir nicht dran direkt direkt die tasten anstatt ich werde die kräfte wieder anwenden die wand ist befestigt warte ich brauche eine wand neben mir ich brauche nur eine wand, Henning, Henning 1, 2, 3 das ist immer gut wenn einer damit anstrengt, aber dann zählen die anderen weiter weißt du Kai spielt, komm klären sie es, wenn du siehst ich hatte schon vorbildlich, aber ok er will es wohl wissen ich geh erst vor, Männer ein Henning, der schlägt wieder wie so ein Autist gegen Wände ja was soll ich sonst machen ein Leben schön bei mir auf dem Becone Henning, ich brauche eine Spritze ja komm, ich brauche mich da ran hier wirst du von Feinden entdeckt, du wurdest entdeckt wichser, bist dich das ist schon mal klärt next hier ist Glas, glaube ich das ist ein Rekrut ich habe mich gepusht, ich glaube, sagt ach, leck mich Leute, äh schlagsensor, schweißte er ist down ein Gegner verbleibt Leute, hier bei mir letzter bei mir hier, Banner wo bist du, wo bist du, wo bist du ich bin Treppen runter er hilft mir alles gut oben oder unten, wo war er? ich setze den Sensor ein oh man, Erik das ist bei mir irgendwo Blackbird, Blackbird ist da, wo ich aufgeschlagen habe, wo ich rausgepusht bin wo hast du gepusht? ja, Balcony äh, Balcony da würde ich mal rauspushen, Torben ok, ok, ich weiß, was ich meinst du halb gefressen da müssen sie in der aktuelle Position gerne raushinden na! na toll, jetzt rett er da vorbei genau dann oh, scheiße so ein Teil Pech, dass ich mal wieder habe ich fick den einen nach anderen hier raus wartet einfach bitte wartet einfach my frost, my frost my frost my frost fredig nicht pieken warte, bis er einen Sprunganimation ist ja eigener Koffer, alle Gegner eliminiert das habe ich perfekt zetteliert, diese Scheiße, alter diese Scheiße damit kommen die nicht klar wenn du dich bewegst und den rechts links wenn du den richtig taktest, dann bleibst du immer auf der gleichen Stelle weißt du ich find's gut klappt sogar ich freu mich, wenn Eric sie freut ja ich freu mich auch endlich mal gute Laune beim Zocken seit Ewigkeiten wieder und ich freu mich, dass mein Pizzabote weiß wer ich bin ne ne wie spielt er Bär hast du das Bild gesehen hast du das Bild gesehen von mir welches das Profilbild das Profilbild auf Youtube von mir ne ne neiges Glück was ist Jan die Zeit muss sein gleich erstmal Runde gewinnen und dann Yo ich bin wieder oben und ich sitz wieder also wenn wir jetzt, wenn wir das Match jetzt gewinnen oder ich log aus und zuckt auf der East Coast COD die Deathmatch wenn wir das Match jetzt hier gewinnen, dann bin ich noch ein Match dabei ich nicht ich bin nach dem Chaos auf dem Rainbow I pay slow and they live in the problems was ist denn für eine Melodiegarten? ihr Job sei langsam die ganzen guten Musik kennen sie wieder am Start sind ich hab mir letztens den Läuschen wenn ich tatsächlich niemanden hört es ist so da wie leicht nicht so da wie läuft ok 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 raus pushen alles gleich i think Glaubst du? Ich denke so. Ich denke so. Ich denke so. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich sterbe. Also lass mich meine Clammer hier setzen. Eine ist in Gish, ich denke. Oh, das ist falsch. Das ist... Ah, der Schafer wurde zurückgeholt. So, Clammer ist set. Henning? Weg. Äh, der letzte ist Bandit. Wieder? Okay. Danke. Hinter uns. Acht hinter uns. Der ist offen. Der ist schon offen. Ähm, kann jemand dringen? Das ist das Shit. Das Shit? Mit wem redet der? Ich will versuchen, den Bandit zu zählen. Ich rede hier gerade permanent auf Englisch später, wenn es hier auffällt. Ich rede mit euch. Das Bandit. Ich rede auch mal, meine Ecke. Äh, das ist für ihn da. Boah, Pide. Wollt uns aber gerade losstürmen, ne? Nö. Jetzt aber ganz genau, wenn ich das reinpushe, ist der wieder eine E-Lamine. Ich lasse hinter uns aber da drücken. Don't care. Äh, Henning, komm mal her bitte. Weiter. Folgt mir mal bitte. Gericht, das ist eine E-Lamine. Komm her, Henning. Weiter, weiter, komm. Henning. Leute, können wir nicht mal ganz kurz. Da, EMP-Ladung ran, EMP-Ladung ran. Schnell. Von hinten, von hinten, von hinten. Wir können uns dann raus. Wir müssen die E-Lamine garten. Bei mir ist einer hier, ich krieg hier nicht weg. Solang er hier ist, kann ich nichts machen. Solang er hier ist, kann ich nichts machen. Solang er hier ist, kann ich nichts machen. Leise. Leise. Ich komm Geesha mit rein. Leise. Jetzt, verdammt nochmal. Geht die Stairs runter? Von hinten, über Office. Down. 15. Wir können auf die andere Bombe planten, komm schon. Leise, leise. Ich hab hier hinten eine E-Lamine bei mir, ihr könnt sich die Füße bei mir abholen. Es bleiben noch 15 Sekunden. Entschärfer ist jetzt. Geht die andere? Geht die andere? Geht die andere? Geht die andere? Ich bin geerlert. Oder wohl? Verbleibender Gegner. 5 Sekunden. Nein. Ach Gott, hat noch gereicht. Ich war noch im Land drin. Ich war im Land drin. Hätte gereicht. Nice Leute. Schöner Job. Da gibt's erstmal ein Doppel-Replay, da gibt's ein Doppel-Replay. Alle mit dem SMGs gerade. Ich erstmal rein. Bam. Tot. Erik macht den Rest. So, nice gespielt Leute. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Oder äh... Verpisst euch. Alles klar, ciao. Ja, ne...